herzlich willkommen zu einem neuen video heute mit broker binary send 60 sekunden handel startrate 200 euro ich schaue mir den wirtschaftskalender an stelle fest dass es heute einige wichtige news gibt beziehungsweise gab fallen im gpp und us dollar zu mir ein trade metatrader 5 bei binary send raise option und video forex setze ich zwischen 200 und 1000 euro also mein startrate liegt bei 200 beziehungsweise 1000 euro ich steige jetzt ein mehrmals hintereinander vier trades habe ich jetzt laufen und ich hoffe stückchen runter geht gehe ich noch mal rein da geht auf jeden fall wieder hoch ist alles etwas knapp sehr schön alle trades sind im gewinn natürlich sollt ihr nicht meine summen setzen sondern je nach konto größe ein prozent beziehungsweise höchstens fünf prozent wer fragen hat zur strategie kann sich gern bei mir melden bau 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 b